Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Bieber und heute... Warte mal, bin ich ja nicht Magic Bieber? Man weiß es nicht, man sieht mich nämlich nicht, denn ich habe eine Maske auf. Die ist nämlich von NF Strike, die wollte ich euch mal kurz vorstellen und mal vergleichen mit dem Nerf-Äquivalent, das wir dann hier hätten. Das ist nämlich die Nerf Rival-Maske und die gibt es ja jetzt von der Phantom-Korps-Reihe, sodass sie dann nochmal weiß ist und nicht mehr rot oder blau. Das heißt, man kann sich jetzt ein Team aussuchen und braucht sich dann nicht immer eine neue Maske kaufen. Die gibt es ja hier in Deutschland sehr schwer zu bekommen. Habe ich mir mal aus dem Ausland geholt, kann man auch über den Link in der Beschreibung mal stehen. Naja, erstmal auspacken. Theoretisch vorgestellt habe ich die Maske ja schon mal, allerdings dann im roten Design. Hier ist es jetzt ja nochmal weiß und eine Sache, die mir eben aufgefallen ist, wenn ich die Maske genau richtig hinhalte, dann ist sie genau vor dem Löwen, aber so punktgenau davor. Jetzt, wenn ich sie einmal aufsetze, kann man ja schon mal sehen, es gibt ja generell eine Pflicht bei Nerf, so eine Brille zu tragen am besten, die dich davor schützt, Pfeile in die Augen zu bekommen. Das wären wirklich die einzigen Stellen, die Pfeile von Nerf verletzen könnten. Und jetzt gibt es hier eben diese Rival-Maske, denn Rival-Bälle tun eventuell ein bisschen mehr weh, besonders weil sie ja auch mehr Power haben, weil sie mit mehr Kraft ankommen. Deswegen hier nochmal ein extra Mundschutz mit dran, aus hartem Plastik, mit Löchern drin, damit du noch durchatmen kannst, ohne dass die Brille beschlägt. Und die ist auch generell widerstandsfähig. Ich spüre, dass da was gegenfliegt, das heißt, ihr könnt euch auszählen lassen, wenn ihr dann eine gegenbekommen habt. Aber wirklich was ins Auge gehen, tut da nichts. Naja, und dann haben wir hier nochmal diese NF-Strike-Variante. Habe ich mir natürlich nochmal was mit Gimmicks ausgesucht. Die hat nämlich so einen schönen Spiegel drauf, ist gleichzeitig mit einer Art Sonnenbrille ausgestattet. Hier mit ordentlich Schaum vor, mit ordentlich Polsterung, damit das nicht so sehr weh tut. Hier haben wir nämlich keine dran, sondern nur hartes Plastik. Und hier, dieser Mundschutz hat auch nochmal ein bisschen Plüsch dran, wenn mir das nicht weh tut. Und es ist sehr viel weicher. Man kann es noch ein bisschen umbiegen. Also das bricht auch nicht so leicht ab. Ist tatsächlich sehr viel angenehmer zu tragen. Und man kann den unteren Teil sogar nochmal abnehmen, wenn man nur die Brille haben möchte. Sieht dann natürlich auch ein bisschen bescheuert aus, wenn man nur so eine Skibrille auf hat. Aber wenn man das verstauen möchte, oder wenn man so ein bisschen Bane-mäßig rumlaufen möchte, ja, kann man auch abnehmen, wenn man möchte. Da gibt es auch noch sehr viel mehr Variationen. Man kann sich andere Formen von diesem Mundschutz holen. Man kann sich andere Brillengläser holen. Es gibt da eine ganze Menge Optionen. Und da gibt es eben allgemein mehr Variationen als hier bei dieser Ryzen-Maske. Dafür finde ich, dass die noch so ein Stückchen besser aussieht tatsächlich. Die hat hier eine viel geilere Mundschutzform. Und die deckt auch mehr ab. Das andere war ja so ein bisschen von hier bis hier ungefähr bis zum Kinn. Und das geht dann nochmal bis unten hier zum Hals. Deckt da ein bisschen mehr ab. Gefällt mir auch. Und vielleicht habe ich darin sogar ein bisschen mehr Vertrauen. Das ist ja direkt dafür gemacht, solche Nerf Rival Blaster abzuhalten. Hier müssen wir das natürlich noch einmal ausprobieren. Was wir jetzt machen wollen mit einem Nerf Rival Blaster. Ja, wäre jetzt ziemlich bescheuert, wenn ich das so testen würde, ne? Heute nicht, liebe Hater. Heute nicht. So sieht das hier erstmal aus. Ah, das war nicht die Maske. Gut. Die Maske hat alles weggesteckt. Keine Risse oder sonstige Kratzer mit drauf. Alles hat gut gehalten. Nichts ist verbogen. Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Wenn ich mir auch vorstelle, dass hier... Ach nee, ist gar kein Klassik. Das ist Gummi. Aber es ist eben harter Gummi. Und wenn ihr das dagegen bekommt, ihr spürt durchaus noch, dass ihr was gegen die Brille bekommen habt. Ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Jetzt also der Gegenspieler. Mal gucken, ob das was aushält. So, sehr schön. Also auch hier wieder volle Pulle. Genau darauf. Man sieht im richtigen Licht sogar noch ein paar Abdrücke genau von den Pfeilen. Ne, von den Bällen. Ja, aber das scheint es ausgehalten zu haben. Ist also schon mal ziemlich gut. Man hat eben auch viel Sicht damit. Nur eben, es sind hier verschiedene Gläser erhältlich. Ich habe jetzt eine genommen, wo du schön Licht abblendest. Wo du noch ein bisschen gegenblendest, damit niemand sieht, wo du gerade hinguckst und hinziehst. Also es gibt hier eine Menge Möglichkeiten. Und generell scheint es erstmal zu halten. Ist ziemlich gut. Und naja, der Mundschutz. Es ist Plastik. Es wird das auf jeden Fall aushalten. Meine Sorge war jetzt auf jeden Fall hier oben mit den Teilen. Könnte natürlich theoretisch sein, dass es durchbricht und du dann das Zeug in die Augen bekommst. Also ist schon mal gut, dass es diese Rive Dinge aushält. Aber immer vorsichtig sein mit sowas. Es gibt hier zwischen beiden Masken Vor- und Nachteile. Was ich generell sagen kann, vom Preis her kommt es am Ende auf selbe hinaus. Das muss man sich ja für einen Preis aus dem Ausland holen. Und das hier kommt eben aus China. Ist dafür aber auch günstig hergestellt. Es kostet am Ende ungefähr gleich viel. Aber was ist jetzt zu der Qualitätsunterschied? Die hier ist angenehmer zu tragen. Aber sie ist eben nicht direkt von Nerf gemacht für die Rival Blaster. Also hat man da vielleicht nicht 100% Vertrauen drin. Aber für die Kleineren ist es besser geeignet. Besonders für die ganz normalen Nerf Endstrike Blaster, Endstrike Elite Blaster. Die ja weniger Kraft haben. Und kleinere Kinder haben dann nicht einen so großen Kopf. Brauchen nicht so viel abdecken. Und es ist angenehmer zu tragen. Für die Kleineren besonders. Und man hat die Möglichkeit beides einzeln zu tragen. Das ist auf jeden Fall geil. Oder beziehungsweise das hier abzumachen. Man kann den Mundschutz nicht allein tragen. Leider. Ich habe es ausprobiert. Und das hier, das sieht dann eben ein bisschen cooler aus. Eben auch für die Nerf Blaster, die dazu gemacht sind. Eben für eine Korps-Reihe. Und generell, ich finde das hier ein bisschen besser. Das liegt aber auch nur an meiner persönlichen Präferenz. Ich habe mir jetzt hier nämlich bei der Maske unbedingt eine aussuchen müssen. Wo das so schön reflektiert und wo es eingetönt ist. Da sehe ich nicht ganz so viel, weil es ja so dunkel ist. Hier habe ich ein bisschen mehr Sicht drauf. Und ich persönlich finde besser, dass es mehr schützt. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Könnt ihr mir mal reinschreiben, was ihr persönlich besser finden würdet. Link zu beiden ist in der Beschreibung. Hier könnt ihr euch dann ganz viele verschiedene Versionen aussuchen, was euch da so gefallen würde. Das wäre aber auch alles, was ich dazu zu sagen hätte. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin macht's weg und beißt euch durch. Euer Magic Biber. Ciao. So kann ich auch zu Halloween gehen.